Liebe Kunden, wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken und zwar dafür, dass die Zusammenarbeit mit Ihnen auch in Corona-Zeiten sowohl digital als auch persönlich so vorzügig läuft. Dankeschön. Ja, und das geht natürlich nur mit einer motivierten und engagierten Mannschaft, die auch in dieser Krise buchstäblich Gesicht gezeigt hat. Und auch dafür natürlich ein ganz, ganz herziges Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich jetzt, liebe Kunden, auch noch immer persönlich bei Ihnen bedanken möchten. Danke. Dankeschön. Wir danken für Ihre Unterstützung und für Ihre Treue. Danke. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Die Form der Experten sagt Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Die Versicherungsabteilung sagt Danke. 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 Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön vom Finanzcenter in Gerstenkirchen. Dankeschön. Dankeschön. Auch von uns aus Horst ein ganz herzliches Dankeschön an alle.